Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Evolent. Ja, und es war im letzten Part immer noch zu laut. Und da ist jetzt mein letztes Gebot, jetzt der Pegel auf 25. Und ich hoffe mal, das klappt jetzt. Mit dem Ton. Ich liebe Double Zwilling, nicht nur das Spielen selbst, sondern auch das Suchen der Karten. Die meisten sind zwar ziemlich gleich zu finden, doch die allerbesten sind gut versteckt. Nur so gerne würde ich eines Tages einen kompletten Satz sehen. Ach, fünf Karten. Ah, nein. Was, fünf Karten? Wir haben jetzt... Okay, wir haben nicht so gut, ich bin dran gekommen. So. Hier, mal kurz hier lang. Da, so eine Kiste. Freigestellt, HD in der Grunde. Wow, einfach nur wow. Oh ja, man sieht es da hinten. Man sieht es da hinten. Hey. Onkel. Ist alles in Ordnung? Sit. Da ist Sit. Ah. Sit Highwind. Hey, Sit, was geht? Kairis. Endlich seid ihr wieder zu Hause. Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Fast halb Auge ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert aus der Noria-Mine. Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Oh, und auch Cloud habe ich hier, um das Schwert zu führen. Cloud. Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Gut und schön, aber ihr braucht das Amulett von Gon, um in die Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälften gespalten, eines dem Heiligen Hain zu finden. Er liegt im Süden von Augei. Ich war letzte Woche, woman. Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Redet mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Er war seinerzeit Offizier bei der Armee. Cloud, könntet ihr die Bomben besorgen, damit wir in den Heiligen Hain gelangen? Ich finde derweil, einen Weg stärker zu werden. Ihr solltet mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksamen Spruch kannte. Mächtiger Magier? Ich stoße später wieder zu euch. Sucht inzwischen Garen auf und fragt nach den Bomben. Schwarzer Zauberer? Äh, ein Zauberer? Ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück. Mitglied verlässt Gruppe. Allein zu sein ist etwas einsam. Ja. Ist ein Fall, wenn es sie auch. So, das ist der da. Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zu der, was? Nicht mehr zur Demacia-Armee und habe keins von diesen Dingen aufbewahrt. Ich soll mit unserer Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt jeden Klatsch über Augeid, seine Bewohner. Äh, nördlich von hier ist doch die hier oben, oder? Ist ja der krankenschwester. Die da. Ihr seid auf Bomben aus? Dann red mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles mögliche in ihrem Keller. Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennung gegeben hat. Ja. Und speichern. So. Man, sieh rumgehen, yung. So, die da. Wir müssen dieser mächtigen Bestie den Garaus machen. Hilfsoffizier Ryland hatte diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Wir finden ihn am Dorfeingang. Boah, sind wir die Laufburschen? Mensch. Oh, der steht da vorne neben dem Sprechland. Boah, heute Verzeihung fürs Gehen. Das Spiel ist so absolut genial, ey. Mittlerweile gibt es ja jetzt auch Evoland 2. Das ist jetzt schon draußen, aber spielt auf alle Fälle erst mal den ersten Teil. Ihr müsst den sogar spielen, damit ihr die Story versteht wahrscheinlich. Ob das so irgendwie... Ob das irgendwie Sinn hat, ob man 1 oder 2 zuerst spielt. Ich glaube mal... Falls ihr noch nicht gespielt habt, spielt auf alle Fälle Evoland 1. So, das ist die Mutter hier. Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt? Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Vermaledeit ist so das Blöde oder das Böse. Oder irgendwie das... Ja, Kind. Mir kamen diese Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Bitte dient euch, die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicher aufgehoben sind. Jetzt müssen wir das Kind ansprechen. Boom. Halt, stopp. Stopp. Meine Mutter weiß von den Bomben. Das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Hä? Achso. Cloud! Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Ja, mit Vorsicht zu handhaben. Juppie. Ausgezeichnet. Dann auf nach Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Das stimmt allerdings. Ey. Brauchst du dich anrennteln, Kairis. Das war nicht nett. Nein, nein, nein. Jetzt haben wir nochmal gespeichert. Jetzt kommen wir wieder raus. Boah, kleinen Kamm, wenn man rausgeht. Die Silberrüstung hilft schon mal. Wir kassieren weniger Schaden von denen. Boah. Boah. Ah wie gibt's ein Einsatz. Ähm, knappe gepächt, schllte das Ex. Yeah. Na? Achso. Bum. Ey. Uh, was ist das denn? Oh, Zeitreisen. Treff den Kristall, um zwischen Marty damals und jetzt zu wechseln. Oh, da können wir wieder die alte spielen. Cool. Und wechseln, damit wir da zu dem Stein hochkommen. Also drüber kommen. Als kleiner können wir ja nicht über den... Autsch. Dimensionsstein. Oh, mir geht's, ich geht runder. Ah. Ah. Lüffel. Ey. Nein. Mein hoch. Hä? Du bist doch ganz hoch. Doch nicht. Mensch. Ah, was... jetzt kommen keine gegner mehr das herz schwingt so bogen öffnet euer inventar um zwischen schwert und bogen zu wechseln ich habe es gerade blöd zurück ausgeschossen egal ich brauche herzen bogen steht hier bitte die kleinen bäume nicht verbrennen aber wenn ich es doch du die zukunftsänder der kleine baum wächst in der gegenwart nicht mehr und ich bin fast tot so hier geht es auch einen kleinen trick und da alt bombe legen und darüber rennen die karte kefkas geist eine neue karte um doppelzwilling zu spielen nein wieder bombe legen wenn man rauskommt wo 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 das alles geleckt das war es nicht gut aber es ging noch ach so verdammt so du 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 himm du 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 bum 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 ach so halt Eieiei, Mensch, dieses Sterne switchen, es macht Soundbugs. Eieiei, oh Gott, oh Gott. Wie ist der? Ein Stern. Moment, mag ich das auch mal? Ich freue mich. So. Achso, hier unten. Ein, eine Badge. Oh, spuk mein Herz aus. Please. Hey. Danke. Ja, halt damit. Hey. Komm her. Komm. Wuhu. Komm. Ach. Ein Stern. Piide. Komm. Ja. Komm. Komm. Äh, macht nichts, okay. Äh, komm, die Bombe sparen, theoretisch. Bumm. Äh, au. So, wo der ganze Gras kaputt. So, also noch eins dahin. Nee, da nicht. Doch, da hin. Dann da hin. Und dann auch da oben hin. Nee, Jim hat diese Soundbox immer, immer switcht. Ah, wir haben den Baum jetzt weggemacht. Ähm. Oh. Ups. Wir müssen erstmal... Achja, erstmal hier rein, stimmt ja. Ah. Ah. Ja. Boom. Meins? Nummer zwei. Ach Gott. Wie der Monster rum. Ah. 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 Aua. Hilfe. Ah. Aua, aua. Hey. Äh, aua, aua, aua. Komm her. Bam. Scharfschütze. Au. Hey. Achso, komm, wir können uns treffen. Egal, mitnehmen. Scharfschütze. Tscharfschütze. Erste Amulett-Hälfte. Eine von zwei Amulett-Hälften. Autsch. Tsch. Na toll, nur noch ein Herz. Bumm. Ausgrabung. Da hat mit einer Bombe in eine rissige Mauer gesprengt. Pscharfschütze. Stern von Neuraland, ihr habt 10 versteckte Sterne gefunden. Yeah. Oh Gott, noch ein Herz. Gib mir Herzen. Nein. Komm her, du Bette! Okay. Du kommst wegspringen. Äh, nicht wegspringen. Weg, ähm, da. Zeitreister, ihr seid zwölfmal zwischen Vergangenheit und Gegenwart gereist. Gewechselt. Dann wieder die Soundbugs. Nicht gut. Ach, verdammt. Moment, das geht auch so. Zack, und rüberwärts. Boom. Abgekürzt. So, da brennt einmal das da. Zack. Dann einmal zack. Wah. Hey. Au. Der ist weg, ja. Baum ist weg. Gut. Okay, jetzt müssen wir wieder hier runter. Oder? Ja. Ey. Kick kaputt. Hallo. Bam. Jawohl, Herz. Doch, Schwert. Macht sich besser. Also, die Soundbugs sind nicht gut, die immer kommen. So. Jetzt können wir wieder rüber. Nein, ich bombe. Schwert. Zack. Zack. So, dann einmal den Kurz kaputt machen. Wegen Herz. Ach so, halt, stopp. Jetzt müssen wir ja wieder... Können wir das auch ausmachen. Boom. Und zack. Ein... Dings. Die Karte Kairis. Juhu. Ich glaube, jetzt können wir sogar Doppel-Zwilling spielen. Ja, man geht noch schon. Da. Boom. Oh, das war's schon. Zählt euch um. So viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon den heiligen Hain befallen. Wir müssen nach Augei eilen und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden. Bevor es zu spät ist. Schnell, schnell zurück. Autsch. So, machen wir noch keinen Cut. Haben wir ein bisschen Zeit. Wir brauchen mal fix mit SID. Gut, dass ihr die eine Hälfte des Amuletts gefunden habt. Jetzt brechst du den Ruinen von Sarod-Nag auf, um die andere zu suchen. Die Ruinen befinden sich im Nordosten von Augei. Okay. Dann grab mal 1070. Geh. Phönix da unten. Schriftrolle der Kristall. Klingt ja auch komisch. So. Ähm. Wie sieht's aus? Ja, machen wir erstmal wieder einen Cut. Gut. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen leveln. Oder Level-Sinn-Level. Ach. Level 6. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ah, bis zum nächsten Mal.